Wir sind hier im äußersten Südosten der ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien. Wenige Meter von hier entfernt liegt die Ukraine. Zu Tausenden fliehen die Ukrainer vor dem Krieg über die Grenze von Palanka. Gleich nach ihrer Ankunft nehmen moldawische Helfer sie in Empfang. Diese Familien sind aus dem 60 Kilometer entfernten Odessa. Die Stadt wurde mehrmals von den Russen beschossen. Nach stundenlanger Reise stehen für viele Kleiderspenden und Essen bereit. Dutzende Bewohner haben diese Nothilfe organisiert. ظrunde Was ist die Bäume? Die 1500 Bewohner des Dörfchens Palanka helfen, schon aus reinem Mitgefühl. In nur wenigen Tagen wurde die Ebene zu einem Flüchtlingscamp. In diesen Zeiten versuchen die Ukrainer, die Angst der vergangenen Stunden zu verarbeiten. Arina und ihre Mutter Anastasia sind in der Nacht aus Odessa gekommen. Wir leben, da sind ein Schnauer, das ist ein Haus. Und wir verabschieden sind in eine große Kölnische Maschine, die nach Moldau steigen. Leute sitzen, sind die Kinder, sind die Mutter, sind die Frauen, sind die Frauen mit den Häusern in der Maschine. Und wir verabschieden sind in die Richtung der Taunen und wir sind in der Taunen. Auch ihren Vater hat Arina zurückgelassen. Er kämpft in der ukrainischen Armee. Mehrmals am Tag ruft sie ihn an, voller Angst. Arina und Anastasia haben nur das Notwendigste mitgenommen. Sie glauben, Wladimir Putin wird den Krieg verlieren. Wie Anastasia und ihre Tochter verbringen die meisten Flüchtlinge die Nacht im Camp. Am liebsten würden sie direkt weiter zu ihren Verwandten anderswo in Europa fahren oder in die 140 Kilometer nordwestlich gelegene Hauptstadt Kishinau. Fünf Tage nach dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine sind die Moldawier auf den Straßen der Hauptstadt in gedrückter Stimmung und zeigen demonstrativ ihre Solidarität mit den Ukrainern. Moldawien ist kein Mitglied der Europäischen Union. In diesem Nachbarstaat der Ukraine befürchten viele, auch sie könnten den russischen Panzern Putins einmal schutzlos ausgeliefert sein. Ein terrorist ist ein Ziemenskopf, der die der Kishinau in den Krieg verliert, ist das ein Ziemenskopf. Der Kishinau in der Ukraine ist ein Ziemenskopf, der die Kishinau in der Ukraine ist ein Ziemenskopf. Die Länder, die Republik, wo er gesucht, 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 wo er ist ein Verastung. Wir haben Transnistria, Ukraine, Cecenia. Wir sind die Afeckung, wir sind die Welt. Ich glaube, dass die Welt nicht mehr kann es dorm. Bislang sind über 70.000 Ukrainer in Moldawien angekommen. Auch wenn viele nur auf der Durchreise sind, sind es doch fast drei Prozent der moldawischen Bevölkerung. Und das ist viel für dieses kleine Land, das kaum auf die Aufnahme von Flüchtlingen vorbereitet ist und zu den ärmsten Europas zählt. Angesichts der Ängste einiger Landsleute vor einer Invasion gibt man sich im Innenministerium zuversichtlich und konzentriert sich auf die humanitäre Hilfe. Die Republik Moldova ist ein neutraler Land, wie wir in der Constitution geschrieben haben. Wir sind nicht interessiert, dass wir in diesem Konflikt involviert werden. Unsere Priorität ist die Sicherheit und die Sicherheit der Menschen. Wir sind nicht gefährlich und wir sind nicht interessiert in keinem Fall, zu beobachten oder zu beobachten, zu beobachten, zu beobachten. Der Botschafter der Ukraine in Moldawien aber verschweigt seine Sorgen nicht angesichts der Ereignisse in Kiew. Die Menschen sind nicht gefährlich, wie sie sind, zu beobachten, zu beobachten, zu beobachten, zu beobachten und zu beobachten, die ich vorbeachten, zu beobachten, zu beobachten, zu beobachten und zu beobachten. Ich bin nur in meinem Leben, aber in meinem Leben, in meinem Leben. Einige Kilometer weiter, im Zentrum der Hauptstadt, dient dieses Ausstellungszentrum den Ukrainern nun als Auffanglager. In aller Eile hat man diese Boxen aufgestellt. An den Wänden bieten die Moldavia Gastfreundschaft und Hilfe an. Nicht genug Trost für Familien, die auf Nachrichten von einem Vater, Ehemann oder Sohn im wehrfähigen Alter warten. Denn die dürfen nicht ausreisen aus der Ukraine. Hier finden die Kinder auf ihrem mehrtägigen Zwischenstopp etwas Unbeschwertheit wieder. Aufgeregt erzählen einige vom Krieg, der zu Hause ausgebrochen ist. So wie der zehnjährige Volodymyr. Wenn wir in der Schule sind, meine Mama mit Wolle, ich weiß nicht, was ich nicht wusste. Dann meine Mutter kam und sagte, dass da irgendwelche Verröse wurden und so weiter. Wir haben kurz in die Kürtchen gekämpft und in den Korridor kamen. Dort gibt es einen Ausstieg, der vor allem gefährlich ist. In solchen Situationen bin ich nervig, aber ich bin nicht gefährlich. Denn ich weiß, dass wir irgendwo gehen können und mit uns wird alles gut. Deshalb kann ich nur nervig sein. Über das erlebte Sprechen, Ablenken, ist die Arbeit von Psychologin Anastasia. Sie beschäftigt die Jüngsten den Tag über mit Workshops und anderen Aktivitäten. Die Populationen, die ich als Interaktion habe, sind gut. Wir sind eine Kopie, wie ein Kind der Kinder. Das ist eine gute Partei. Das ist eine gute Partei. Das ist ein bisschen schwierig. Ich finde, dass sie sehr lustig sind. Ich will wissen, dass sie sich in Tschechien entstanden sind. Ich will mich immer wieder in Tschechien entdecken. Ich will sie nicht entdecken, dass sie sich in Tschechien entdecken. Sie sind alle, die in Tschechien entdecken. Dieses kleine Mädchen wird mit seiner Mutter in Tschechien bald wieder ihren Vater treffen. Ich versuche, dass sie alles in Tschechien entdecken. Das ist ein großer Stress. Sie sind in Tschechien entdecken. Sie sind in Tschechien entdecken. Sie sind in Tschechien entdecken. Und ich sage, warum du hier bist? Sie sagt, wenn die Racken werden, müssen sie entdecken. Der Weg ins Exil. Als einziges Gepäck ein paar Erinnerungen an ihr Land. Und sie wissen nicht, wann sie ihre Ukraine einmal wiedersehen werden.